und ich bin berina schmidt von einfach bunt kreis auf jeden fall und ich bin total froh dass die karen sich bereit erklärt hat ein paar blöcke zu designen mit transparenz effekt und hier hat sie ihren ersten this block is a self-designed block we're calling this boomerang and as as you can see we have two different colors we have a light color here and we have a dark color here and in between where they overlap it is the transparency color of a middle tone so you need three colors a dark a middle and light as well as the background fabric also zum anfang haben wir mal einen einfachen block hat die karen einen einfachen block design mit dem man transparenz ein bisschen ausprobieren kann und mit drei farben kann man relativ einfach und übersichtlich da schon mal ein bisschen testen also im prinzip hat man eine dunkle farbe eine helle farbe die die dunkle farbe überlappt und dann so einen mittleren ton ergibt and we have written the directions or the patch sizes for this block this block here is a 12 inch block to make it easier for you we've designed a 10 inch block where the dimensions are easy so if you want just tune in check that out on instagram or on our websites or blogs and you can download this pattern quick and easy and try it out for yourself ja also der block hat jetzt 12 inch aber da sind die maße zum zuschnitt ein bisschen kompliziert deswegen wird es einen 10 inch block geben wo man die stücke dann ein bisschen einfacher zuschneiden kann die karen wird den block oder die www.easypatchwork.de ist mein website genau das war ein bisschen schneller aber deswegen haben wir es hier noch mal drunter geschrieben ja und ich habe den block ja noch nicht genäht ich werde ihn nähen entweder mit blau natürlich dunkleres blau mittleres blau und helles blau und vielleicht auch einen hellen hintergrund mit einem hellen hintergrund kann man nicht viel falsch machen normalerweise muss schauen dass genug kontrast ist da ist man auf der sicheren seite vielleicht mache ich es auch mit grau grau mittel grau dunkel grau oder meinst du das ein bisschen wenig kontrast hier oder was mir auch spaß machen würde ist farben zu mischen also wenn man sagt man nimmt hier ein ich nehme einfach rot und ein weiß für die transparency würde dann in der mitte ein pink ergeben ja exactly because red and white equal pink so you can mix up colors they don't have to be solids they don't have to be gradients of certain colors they can actually be true fabrics with prints und dann würde ich natürlich einen dunklen hintergrund nehmen damit man das weiß gut sieht exactly a darker fabric as the background because she's using a white a true white for her lightest fabric here she has her light her middle and her dark fabric she's going to need a little bit more contrast you can't put white on top of white then you won't see it so she'll need to use a dark contrasting fabric so all those three fabrics will stand out ja also so kann man sich stehen jeder mit seinen lieblingsfarben oder lieblings tönen und ja wenn ihr lust habt dann postet natürlich auf euren blog auf instagram unter dem hashtag yes we would love for you to close post to sew this block and post it on instagram with a hashtag boomerang blog ja wir werden das auf unseren instagram account natürlich auch machen mein instagram account heißt stoffladen unterstrich einfach bunt und der von der karen heißt and my instagram account is at easy patchwork you can find almost everything under easy patchwork one word all written lowercase jawohl thank you thank you for joining us today schön dass ihr zugeschaut habt bis zum nächsten mal tschüss